Wir kommen aus der schönen Rhön. Das ist ein Mittelgebirge zwischen Hessen, Thüringen und Bayern. Mir bedeutet meine Heimat sehr viel. Ich komme vom Land. Ich brauche einfach die frische Luft, die Wiesen, die Felder und den Wald. Deswegen bin ich auch glücklich, dass wir hier unseren Familienbetrieb haben. Mein Name ist Doreen Trabert. Ich bin Industriekauffrau und Diplom Betriebswille und die Chefin beim Fuhr- und Baggerbetrieb Lucia Knaggert. Wir übernehmen Baustofftransporte für den Straßenbau und für die Straßeninstandhaltung. Dabei transportieren wir Sand, Kies, Asphalt und alles, was los zu transportieren geht. Zum einen sind wir auf Baustellen unterwegs für den Straßenbau. Da wandern die LKWs mit dem Polieren von Baustelle zu Baustelle. Zum anderen bekommen wir auch Aufträge von den großen Lieberwägen. Unser neuer Arocs ist ein 1848er Kipsaddelzug mit PPC, MiroCam und Multimedia Cockpit. Diese Konfiguration ist ideal für den Einsatz Straßen- und Baustellenverkehr. Toll ist das System Hydraulic Auxiliary Drive. Wir sagen HHD. Dieser Antrieb unterstützt im Gelände, zum Beispiel bei schlechtem Untergrund oder wenn es extrem steil ist. Wo andere LKWs stecken bleiben, fährt unsere Arocs weiter und muss nicht mit der Raube rausgezogen werden. HHD wiegt weniger als ein Allrad und kommt der Nutzlast zugute. Gut ist auch, dass das HHD konstant zieht, auch wenn das Getriebe gerade kuppelt. Das gibt es nur bei Mercedes. Vom Steinbruch fahren wir dann die Baustoffe zu den Kunden. Unsere Arocs sind also die meiste Zeit auf der Straße. Dort spielen die neuen Systeme MiroCam und PPC ihre Stärken aus. Der neue Arocs ist ein Top-Modell und zieht die Blicke auf sie. Wir starten die LKWs sehr gut aus, auch als Verlohnung für die Fahrer. Und wir haben dieses Fahrzeug auch aus einem anderen Grund. Unsere Familie betreibt nämlich noch eine Fahrschule. Hier benutzen wir den neuen Arocs auch für die Berufskraftfahrerweiterbildung und auch um den Fahrschülern zu zeigen, was der neueste Stand der Technik ist. Ich war den neuen Arocs auch selber gerne. Während dem Studium habe ich den LKW-Führerschein gemacht. Aber auch heute springe ich im Tagesgeschäft ein. Zum Beispiel, wenn Not am Mann ist. Ansonsten muss ich mich um die Leitung des Betriebs kümmern. Jeden Tag werden die Karten neu gemischt. Es ist immer was los. Man muss oft gute und schnelle Lösungen für die Kunden organisieren. Ich mag an meinem Job auch den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden. Eine eigene Firma zu leiden ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Man hat Verantwortung und man hat auch eine gewisse Freiheit.